hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von wo ding willst du es vielleicht sagen hard life minecraft hard life und ja wir leben noch ja alles liebe freunde ich will aber was essen wir haben der letzten folge ist pudding fast gestorben und ein herz hattest du noch oh mein gott und ja wir gucken jetzt mal ob wir heute vielleicht noch mal überleben es wäre wirklich sehr geil immer weiter überlebt werden ich will überleben dann habe ich wenigstens ein hardcore projekt das mal dass ich mal auf die reihe gekriegt habe ich mal schon mal eisen ich habe nämlich vor uns eisen gefunden und ja wie findet ihr das intro liebe freunde könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben oh mein gott vor allem verhungern können wir näher ja aber man kann doch hier guckt wir sind über überall seetank ich gehe ich mache mal aufs riskante und gehe mal heißen einfach delphine ich sterbe ja nein ich schwimme ich nein ich sterbe nicht doch ich sterbe oh mein gott du musst die folge sehen ich habe gerade so gesagt ich sterbe und dann bin ich da aus dem wasser und kriegt trotzdem schaden ich so oh nein jetzt sterbe ich wirklich weißt du was das heißt pudding das heißt kammer kennst du das kennst du das wort kammer das hat mich gerade dezent geboten ja ja ich schwimme gerne mit fischen rum es riecht bloß bissel sehr nach fisch und bist du passierte visierten ist du bist du isst du fisch pudding die besonderen fisch busy wie du am liebsten bist. Oh, ja. Lacht ist gut. Ach, ja. Ihr könnt ja mal gerne über Fragen in die Kommentare schreiben, wie wir uns gegenseitig stellen können. Oder Pudding? Das wäre auch eine Idee. Wenn ihr vielleicht irgendwas über Pudding wissen wollt oder über mich, dann könnt ihr das doch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hab auch noch. Ja, gleich. Was denn? Oh mein Gott, geil. Jetzt, jetzt... Jetzt können wir nicht mehr verlieren. Ja, genau. Auch wenn Pudding Schaden kriegt. Oh Mann, ey. Ich seh's schon, komm. Ich seh... Ich seh's schon, komm. Dass da steht Pudding, ähm, stirbt an Fallschaden. Ey. Ey. Ach nee. Das wird schon geil werden. Ich hab schon... Ich hab gutes Gefühl, Pudding, das schaffen wir schon. Irgendwie. Das... Das... Das kriegen wir schon irgendwie hin. Boah. 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 Wir können nie wieder verhungern. Ey. Boah. Boah. Das will ich eigentlich auch nicht. Irgendwie. Da hab ich noch keinen Bock drauf. Ah. Ne. Bleib noch hier. Ich hab Angst, Body, dass du stirbst. äh Nein! Ne, dann bleib lieber noch hier, wir gehen zusammen Wir können ja, wir können ja, äh Hast du grad mein Holz noch? Hast du... Hast du mein Holz geklaut? Hä, ich muss mein Holz hier Irgendwie trau ich mich halt noch nicht in der Hölle Und ja, liebe Freunde, ihr werdet euch bestimmt jetzt schon fragen Wann kommt denn? Oder... Wollt ihr vielleicht eine separate, ähm Höhenfolge machen? Auf jeden Fall Aber jetzt noch nicht Auf jeden Fall aber jetzt noch nicht Weil, ähm Ich hab da noch ein bisschen sehr Angst Fudding drauf? Oder... Ach, mein Fudding geht immer auch nicht Mann Ich hab jetzt mal ne Kiste gebaut Ich hab da vorne was gesehen Willst du ein Schwert haben? Was? Echt? Gut, Leute, dann wird das wahrscheinlich Oh, kein Dann werde ich vielleicht mal mit der Axt kämpfen Entschuldigen, dass du achst Entschuldigen, dass du achst Ach, mal gucken Ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... Dann ess ich mal noch schnell was Ich hab nämlich was gesehen Ich geh da mal hin Ich geh da mal hin Weiß ich nicht Oh mein Gott! Wie viel Glück Wie viel Glück kann man auf einem Surfer haben? Wie viel Glück kann man auf einem Surfer haben? Wie viel Glück! Oh mein Gott! Siehst du das? Oh Gott! Alter Pudding erschreckt mich, ne? Hier ist Lava! Vielleicht sollten wir die zu bauen, sonst fall ich da noch rein Geil! Oh, ich hab keine Blöcke mehr Alter! Sag mal, wenn wir dann aufgehen, läuft der Surfer dann weiter? Ja, ne? Soll ich stoppen Also 5 Minuten läuft ja noch weiter Okay, dann Scheiße Wo bist du? Wo bist du? Hier Ich hab was für dich Wollen wir nicht erst mal Ja Nimm das Was ist das? Nimm sie in die Hand und dann rechts weg Geil Also Also so einfach hätte ich mir das nicht vorgestellt Dass es ja so ein netter Portal ist Das ist schon geil Au Hm Aber jetzt schon in den Netter Ähm Ohne Ausrüstung Nee 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 Es ist hart toll, besser nicht Ich sag erstmal Danke Pudding Da wollte ich eigentlich hochgehen Aber Naja Gerne doch Falsche Hülle Ach nee WTF Hier ist einfach eine Scheißhülle Oh, also Ja Man merkt einfach, na Das Pudding so ganz gechillt ist, na Ist es scheißegal, dass er stirbt Na, es ist ja bloß Probels Projekt Nee Nee Ich denk positiv, okay Ich denk positiv, dass ich nicht sterbe WTF Ich hab keine Lust in die Höhle Ich sterbe, ich bin tot WTF 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 Hilfe Geh aus der Höhle 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 Mach mir nicht wieder solche Panik Wir brauchen Schafe Ich glaub wir müssen Nächste Folge Müssen wir wirklich Ähm Pudding Bist du jetzt wieder draußen? Nee Ich geh dir ja zu Gerade Achso Ich hoffe, dass ich nicht in der Wach falle Ach Hier kannst du gerne runterkommen Ich bau erstmal ne Ich bau erstmal ne Tür Ich hab kein Holz mehr Oh nein Ich bau erstmal mit Ich Ich bau mit Erde zu Oh Oh Kleine Anmerkung Die Monster können durch die Türen Wenn sie die Türen einbrechen Dann lass bitte keine Mach keine Türen Ich hab nichts für zu vor gehabt So Ich hab mal ein paar Sachen in diesem Test Ähm Ah ne Oh Ja Ich würde dann auch sagen Wir werden Vielleicht Vielleicht bald ne Umzugsfolge machen Oder Pudding Dass wir uns jetzt hier so ein bisschen ausrüsten Und Dann umziehen Vielleicht irgendwo hin wo es interessanter ist Oder Vielleicht Wo es da schöner ist Und vielleicht wo wir uns da viel sicherer fühlen Es wäre halt schon wirklich geil Wenn wir Ähm Ein Dorf finden Äh Das wäre halt dann wirklich Jackpot Was heißt das schon wieder Irgendwann Ah ja Oh nein Lieber zu bauen Oh Pudding Mann Was denn Hier ist Eisen Ganz viel Eisen Na Es wird wahrscheinlich doch eine Höhlungserkundungstour Oder Was meinste Weil wir jetzt zur Zeit In der Höhle sind WTF Das geht viel zu weit runter Nein Und da hinten ist Da hinten ist das Lava oder WTF Das sind einfach Zombies Ich habe gar keinen Bock mehr Ja Gut Also Leute wir werden Wir werden Ich habe wirklich viel vor in dem Projekt hier Viel vor Pudding vielleicht auch Und Achso Pudding nimmt nicht auf Wollte ich bloß sagen Also werdet ihr keinen Blick von ihm sehen Wenn ich irgendwann mal sterbe Oder so Ja Also ich bin eh entschuldig Wenn du stirbst Ja Oh Mann Also Die Schluchten Die werden wir uns vermerken Wir sollten ja eigentlich Bevor wir umschwingen Einfach nochmal kurz An der Klamotten Jetzt hat ich den Fotos Und ich bin es Ich bin jemand Und dann Ich bin jemand Ja Also In der nächsten Folge würde ich das sagen Ziemals vor Wanderung Und Taraus Vielleicht bis zu Fleisch Einfach irgendwas zu essen Oder wir lernen uns einfach Regarde Aber das ist ja eigentlich Jetzt schon gespielt Das war mir doch mal. Ach nee. Oh man. Das ist doch nicht so schlimm. Ich denke, ich habe die Angst, dass du einfach so gut hast. Das war's für heute. Das sind die Leute, die einfach von ihnen zu wollen. Nein! Du bist du! Du! Und das ist hier. Wir haben hier eine Folge in unseren ersten Pias. Und der zweite Folge war... Oh mein Gott! Als ob was? Warte, warte abkauen. Na dann komm einfach hoch. Ja. Ich weiß nicht, ob mir etwas Scheu angeht. Aber ich will halt. Ich will halt, dass wir wirklich lange überleben. Ja, sieht man hier. Ich nehme auf hug. Ich nehme euch an. Ich nehme euch an. Das stimmt. Du bist mal gesehen? Das stimmt. Oh, mein Gott! Das stimmt. Nein, ich würde sagen, dass wir nicht alle Diamanten verpacken. Oh mein Gott, was ist das, was wir jetzt machen können? Okay, dass wir können. Wollen wir das schon machen? Das Obsidian abbauen? Oder nehmen wir das erst mit, wenn wir umziehen? Das wäre besser, wenn wir das erst irgendwann mal, wenn wir das mitnehmen, wenn wir umziehen, ne? Oh, nee, ey. Ich mache hier mal ein bisschen das Dach ein bisschen höher. Also, ja. Okay, Pudding, dann... Sag ich... So, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne der lieben, geilen Folge wieder von Minecraft Hard Live eine Bewertung da. Und ja, ihr könnt gerne Pudding auch abonnieren. Er macht leider keine Videos. Vielleicht irgendwann mal, Pudding, oder was sagst du? Und... Ja. Ich hoffe, wir überleben noch weiter. Und... Ja. Ja, Mann. Und es kommt vielleicht noch viel mehr. Und da sehen wir uns, Freunde. Vergesst Bewertung nicht. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt. Pudding und Probe. Überleben in Minecraft Hard Live. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Pssst. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020